Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher im Herzen Fitness Store in Karlsdorlach. Heute möchte ich euch ein Protein vorstellen. Es gibt einige verschiedene Proteine auf dem Markt und da ist ganz wichtig, dass man ein bisschen Durchblick behält, welches Protein zu welchem Zeitpunkt für welche Funktionen hat. Grundsätzlich gibt es schon gewaltige Unterschiede im Bereich Proteine, im Bereich der Qualität der Proteine. Ich habe hier ein sehr hochwertiges Protein der Firma PIK, das ist das Anabolic Protein Fusion. Das Anabolic Protein Fusion besteht aus drei verschiedenen Komponenten. Es ist einmal ein sehr hochwertiges Molkenprotein Isolat und einmal ein sehr hochwertiges Molkenprotein Konzentrat und ein Säuer Isolat. Die Inhaltsanteile sind fast zum Drittel jeweils genau gleich, also nicht sehr große Anteil pflanzliches, ganz minimaler Anteil an tierischen Proteins und ist sehr ausgeglichen. Dieses Protein eignet sich hervorragend zum Muskelaufbau und zwar im Bereich, wenn ich jetzt jemand habe, der einen normalen Stoffwechsel bis langsamen Stoffwechsel besitzt und darauf achtet, dass er so wenig wie möglich passive Substanz aufbaut. Da ist das Anaboli Protein Fusion von PIK hervorragend. Über Dosierungen, das ist immer abhängig davon, wie ich mich ernähre. Ganz klar, je nachdem, welche Menge ich an Protein schon in der Grundernährung zuführe, ergibt sich automatisch dann die Menge des Proteins, die ich zusätzlich zuführen sollte. Aus diesen Gründen wäre es ganz wichtig, dass man mal im Bereich der Ernährung sich Gedanken darüber macht, eventuell mal eine gute und professionelle Beratung ansprechen, Anspruch nimmt, um einfach mal festzustellen, was für ein Defizit habe ich im Bereich des Proteins überhaupt, welche Menge an Protein brauche, welche Art von Protein benötige ich tatsächlich zum Aufbau meiner Muskulatur und aus was soll das Protein bestehen. Also grundsätzlich liefert die Firma PIK hervorragende Qualität und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Anaboli Protein Fusion gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Da kann man sich dann raussuchen, was einem am besten mundet. Wie gesagt, schon im Vorfeld, welche Menge ich nehme, ist abhängig von der Grundversorgung mit Nährstoffen im Bereich der Grundernährung. Auf was man achten sollte, ist, dass man pro Dosierung nicht die Gesamtmenge von zwischen 30 und 40 Gramm überschreitet, da der Darm in einem gewissen Zeitraum auch nur die Möglichkeit hat, eine gewisse Eiweißmenge zu verstoffwechseln. Was sich bewährt hat, ist natürlich, wenn man das Anaboli-Zeitfenster nicht über ein All-in-One-Formular abdeckt, je nach Stoffwechselvoraussetzung, dass man unmittelbar nach Beendigung des Trainings ein Anaboli-Protein zuführt. Am besten natürlich im Wasser aufgelöst, nicht Milch, da die Milch natürlich für den Darm eine erhebliche Konsistenz ist, was die Verstoffwechselung anbetrifft und bei vielen Menschen zu Darmproblemen führen kann. Somit ist natürlich im Wasser wesentlich besser, was die Aufnahmerate über den Darm anbetrifft und natürlich auch wesentlich darmverträglicher. Geschmackstechnisch ist ja vielleicht dann nicht ganz so toll, aber man muss schon entscheiden, was man möchte, entweder ein funktionales, gut wirkendes Protein oder halt ein Geschmacksprotein. Aber da gibt es auch noch andere Proteine, die dann auf Geschmack ausgelegt sind, da kann man auf sowas ausweichen. Zu den Inhaltsstoffen, zu der Gebindegröße, zur Einnahmeempfehlung, zum Aminosäurespektrum, findet ihr auf jeden Fall in meiner Webseite ausreichend Informationen. Die Webseite werde ich im Absperr nennen, auf jeden Fall in schriftlicher Form und somit könnt ihr euch einmal dort informieren oder bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch in meinem Ladengeschäft in Karlsdorlach. Falls ihr vorhabt, gesunde, natürliche Muskelmaße aufzubauen, wünsche ich euch viel Erfolg. Anabolikrotein kann euch optimal dabei unterstützen, wenn die Voraussetzungen Ernährung und die Voraussetzungen exakte, spezifische Stretisplanen gegeben ist. Somit bis bald. Viele Grüße, Andreas Dienbacher, Health & Fitness Store in Karlsruhe. Dienbacher, Health & Fitness Saale Dienbacher, Health & Fitness좌 Dienbacher, Health & Fitness Dienbacher, TravisHimm, drei ja 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 ja. Vielen Dank.